Die Köln 50667-Stars Pia Tillmann und Siko Banach erwarten mehr. Gemeinsam mit acht Darstellern müssen sie den Ableger von Berlin Tag und Nacht verlassen. Allzu traurig sind die 35-Jährige und ihr Freund aber nicht. Dennoch stellen sie sich einen besseren Serienabschied vor. Im Netz macht Pia ihrem Ärger Luft. Es wurde eine Szene mitten in der Folge, untermalt mit dem Titelsong Unnötig langgezogen und die letzte Szene, bei der jeder von uns von Herzen geweint und um das Ende einer Ära getrauert hat, wurde mehr oder minder lieblos abgefrühstückt. Für sie steht fest, Für jede Person, die gehen musste, die bis zum letzten Tag ihr Bestes gegeben und sich den Arsch aufgerissen hat, ist das ein klares Zeichen. Aber das Kapitel ist somit endgültig abgeschlossen für mich. Umso positiver schaut Pia wohl jetzt in ihre Zukunft ohne Köln 50667.